Auf einem Patrouillenflug wird die Normandy von einem unbekannten Feind angegriffen und zerstört. Während Commander Shepard noch verzweifelt versucht Joker bei der Flucht in eine Rettungskapsel zu helfen, wird er ins All geschleudert und stirbt. Commander Shepard wurde geborgen. Das Lazarus Projekt läuft wie geplant weiter. Die Pro-Mensch-Organisation, genannt Cerberus, findet Shepard, fliegt ihn wieder zusammen und verbessert ihn durch die Noise-Technik und erweckt ihn wieder zum Leben, um ihn für ihre Zwecke einzuspannen. Und dies ist seine Geschichte. Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Teltan. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole, Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war's nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich hab den Aufstand ausgelöst. Es steckte wohl mehr dahinter. Vermutlich ist einiges passiert, das Sie gar nicht mitbekommen haben. Die anderen Kinder haben mich angegriffen. Die Wachen haben mich angegriffen. Die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretation. Ja, ja. Mach mich doch nicht dafür an. Ich war ja nicht schuld. Frau. Nicht? Dieser Ort sollte eigentlich verlassen sein. Wer zum Teufel hat den Varan erschossen? Der ist noch frisch. Oh. Ich hab ja gesagt, das wird noch haarig. Wo war das denn jetzt? Hat ihn noch gar nicht. So. Buh. Na, der Raum lohnt sich ja richtig. Also ich sollte jetzt vielleicht nicht hier, so wie der Elefant im Porzellan laden. Einfach mal durchpreschen, wenn hier frische Gegner erledigt wurden. Oder Gegner frisch erledigt wurden. So rum. Aber bis jetzt ist er... Ah. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt ist ja nichts passiert. Du wirst ein bisschen zu. Ich zerquetsch dir deinen scheiß Schädel. Kommt hier nicht mehr ran. Flieg, Miststück. Naja, geht doch. Mach bumm. Na los, mach bumm. Geht doch. Nichts kann mich aufhalten. Aber diese Hunde sind doch immer die Diener von denen da, von diesem Wortscheiß, die da auch... Wozu brauchten sie eine Leichenhalle? Es war eine kleine Anlage. Die anderen Kinder müssen in großer Anzahl gestorben sein. Und selbst dann waren sie noch Teil des Experiments. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. Dir selber geht's immer am schlechtesten, was sowas. Starten wir die Hexsequenz. Das ist zwar immer das gleiche und nebeneinander. Ist ja lustig. Komm, wo geht's weiter? Das ist immer so lustig. Irgendwie... Die Leute denken immer, ihnen selber geht's am schlechtesten. Und wenn man das dann mal... Ach, das war die Tür. Wenn man das dann mal genauer betrachtet, dann geht ihnen eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist immer in Relation zu anderem, meine ich. Natürlich hat sie ein schlimmes Leben, das will ich gar nicht hier bestreiten. Ich hätte auch nicht gerne mit ihr getauscht, aber es gibt immer Leute, denen es schlechter geht. Auch wenn man das nicht unbedingt so hören möchte. Deswegen stoße ich mich gerade ein wenig an diese Aussage. Mir ging's am schlechtesten von allen. Ich meint, die Leute... Schon seltsam, wieder hier zu sein. Ich bin... Ich bin stinksauer. Ein saugefährliches Miststück. Aber gleichzeitig bin ich auch ein kleines Mädchen. Scheiße. Es ist so kompliziert. Legen wir einfach die Bombe. Äh, ja, ich mein, dass diese anderen Kinder, die hier in... Massen getötet wurden, die hatten das auch nicht viel besser als sie. Also als Jack. Weil Jack sollte wenigstens ein zwanghafter Leben erhalten werden. Leben ist besser als sterben. Verhauptlich aber mal so. Noch einer. Ach so, der ist das. Ich dachte, wer versteckt sich denn da? Ist auch nichts drin. Wir haben Kinder gelebt. Ist auch gar nicht so schlecht. Mal abgesehen davon, dass hier jetzt alles kaputt ist. Erinnert mich irgendwie so an eine Jugendherberge. Nur ein bisschen kleiner. Und dass wahrscheinlich die Türen verschlossen waren. Hier unten war ich, glaube ich, gerade. Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel. Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Ich habe sie stundenlang angeschrien. Aber sie haben mich immer ignoriert. Boah, wie übel ist das denn? Kind, die die Sohn verpassen, dass niemand sie mag oder sowas. Hier muss ich bei meinem Ausbruch durchgekommen sein. Aber ich erinnere mich nicht daran. Das ist ein schrecklicher Ort. Ja, sieht man hier an dem Folterstuhl oder wozu der da ist. Bestimmt ist es kein Arztstuhl. Vor allem mit diesem nennenden Armreifen da dran. Eintrag 1054, Anlage Teltin. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg. Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert. Aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch. Die haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert. Äh, nicht ihre Schuld oder das ergibt Sinn? Naja, Sinn ergibt hier gar nichts, deswegen... Sie können nichts dafür, was die den anderen angetan haben. Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Das macht sie zumindest stärker. Das alles wird sie härter und stärker machen. Die eingeschleimt. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Alles ist verloren. Die Subjekte sind wild geworden und Zero ist frei. Wir schotten Tilton ab. Es ist eine Katastrophe. Wir werden das Ascension-Programm der Allianz infiltrieren und uns ranhängen. Dadurch wird hoffentlich... Wir sind... Zero, warten Sie! Shepard, Sie haben irgendwo anders wieder angefangen. Ascension ist ein Programm der Allianz. Eine Schule für biotische Kinder. Dort werden keine Kinder gefoltert. Vieles hier... ...ist anders, als ich es im Gedächtnis habe. Sie waren abgelenkt durch die ganzen Drogen und sowas vielleicht. Es war damals sehr viel los. Ich war dumm. Jetzt halte ich meine Augen offen und schieße immer zuerst. Wir nähern uns meiner Zelle. Dem Ort, wo ich herkomme. Gehen wir weiter. Hi, hi, sir, ma'am, sir. Hallo. Hey, Arish, Ihr Kurek. Ja, die Eindringlinge sind hier. Wenn wir sie umnieten sollen, müssen wir über Kohle reden. Sie haben uns jede Menge Plündergut versprochen. Aber hier gibt es nur Müll. Also schön, wir schalten Sie aus. Danach komme ich zu Ihnen und wir reden über die Bezahlung. Warum sind Sie hier? Was machen Sie hier? Erstmal legen wir sie um. Dann sehen wir weiter. Was für eine Unterhaltung. Ich will sie tun. Ach, Mann. Ich muss ein bisschen mehr brauchen als das. Bereits zum Sterben. Das könnte ich dich auch fragen, mein Guter. Oh. Mitchell direkt in... ...hier totgegangen. Können die irgendwas... ...ziehen geht nicht. Schockwelle geht nicht. Täubungsschuss geht nicht. Brandmunition geht nicht. Super. ...hier totgegangen. Zeit zum Sterben. Geht's jetzt? Ich werfe sie um. Ich will euch vermischen. Da muss ich erst hier rankommen. Einer ist nicht. Ich will Überlegenheit und zwar sofort. Damit die hier ihre Fähigkeiten einsetzen, oder was? Feuer! Was war das? Einen Kampfmeister kann niemand aufreißen. Ja, ja, ihr seid alle nutzlos. Bla, versucht mal nicht mich umzulegen hier. Ach. Ich glaube, ich werde daran auch noch scheitern. Mein Gott, Mann! Halt mir schon! Ja, komm, mach. Ich schaffe euch alle! Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Irish ist, dort muss er sein. Ich will die Bombe sowieso dort platzieren. Dann kann ich's gleich auf seiner Leiche tun. Ja, du machst das schon. Aber ich plündere hier erstmal ein bisschen. Auch wenn die eben gesagt haben, dass es hier nichts zu plündern gibt. Ich hoffe einfach mal, die irrsicht. Sicherer Container von mir ist gar nicht sicher. Ach, ich weiß, das ist ja falsch. Den wollte ich auch. Ich hab's so sicher, war er doch nicht wach. Dann wollen wir mal die Bombe platzieren. Rauskommen! Wir wissen, dass Sie da sind. Ach, der alte Professor da. Wer sind Sie? Mein Name ist Irish, und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen, und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage, und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Das trieb Ihnen wie Sie hierher. Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser, der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin. Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder in Stand. Ich werde herausfinden, was Sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage zählt hin wieder in Betrieb. Sie wirkt wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Äh, Arash, Sie fangen wieder an? Fragezeichen. Sie machen dasselbe mit neuen Kindern? Wurde Ihnen das nicht auch aufgezwungen? Einige wurden von armen Familien auf der Erde gekauft oder aus den Kolonien entführt. Die meisten kamen auf dem gleichen Weg hierher wie ich. Vatarianische Piraten. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Dafür müssen Sie gute Gründe gehabt haben. Kein Grund ist gut genug. Sind Sie verrückt? Sie haben es doch durchlebt. Äh, wie sind Sie denn entkommen? Diese Ort war das reinste Gefängnis. Wie sind Sie rausgekommen? Als Sie uns eines Tages zum Labor brachten, haben wir alle gleichzeitig angegriffen. Sie hätten uns besiegt, aber dann ist Jack freigekommen. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Alle Wachen, Wissenschaftler und Kinder waren tot. Und Sie waren fort. Ich habe das alles gestoppt. Vielleicht ging es den anderen dadurch schlecht, aber was Sie tun, ist einfach nur krank. Alles, was wir durchgemacht haben, muss doch irgendeinen Sinn bekommen. Wir können das alles sprengen, aber was wird aus Ihnen? Was machen wir mit einem zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie's. Jack, er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von Ihrer lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über Sie haben. Scheiße! Verschwinden Sie von hier! Los! Er ist es nicht wert, dass man ihm nachjagt. Nichts hier ist das wert. Braver, Jack. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Jo, so macht er schon. Oh, so. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Tisch mit Jack reden. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Iiiiih, du warst mal ein Mensch. Iiiiih. Aber so viel zum Thema Ehe ging schlechter als allen anderen. Wenn man sich mal dieses Zimmer hier anguckt. Das ist größer als meine Wohnung. Und weitaus größer als die ganzen Zellen von den anderen. Noch noch für die Verhältnisse hier relativ gut eingerichtet. Ich meine, das meiste ist kaputt. Und wahrscheinlich auch weg schon ein bisschen, aber... Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Das ist... Hier ist aber letztens schon anders. Und hier ist auch der Spiegel. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien. Hat aber nie was geholfen. Schalldichtes Glas und so. Sehen Sie die Spuren an der Wanda? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Okidoki. Du mach schon. Look, das Knöpfchen. Ah, ah. Eine ganz schön große Explosion für so ein Knöpfchen. So groß kann die Bomben ja nicht gewesen sein. Immerhin. Da hatten wir nichts Großartiges dabei. Kraft von Jack freigeschaltet. Wandelt absorbierte biotische Energie in erhöhten Schaden gegen Gesundheit, Panzerung und biotische Barrieren um. Das könnte... nützlich sein. Die Warp-Munition. Neues Outfit? Na, da dürfte sich ja nicht viel ändern, wenn sich immer die Farbe ändert und... viel Stoff ist nicht da, um sich zu ändern. Aber gut. Die Warp-Munition. Das war er. Das war's. Und da, da sind wir. Da war's.